Vor 111 Jahren gründet Friedrich Binde, gemeinsam mit 10 Mitarbeiterinnen, seine Firma in der Leonberger Straße in Münzheim. Gemeinsam haben sie die Vision, qualitativ hochwertigen Schmuck in höchster Präzision zu fertigen. Neben den traditionellen Ketten und Kreolen fertigen die Mitarbeitenden seit 88 Jahren auch Brillant und Trauringe an. Gemeinsam schmelzen und gießen, hämmern und schweißen, drehen und fräsen, stanzen und schleifen, löten und glühen, bohren und fassen, säubern und polieren, ziehen und wiegen, gravieren und lasern, beraten und verkaufen, exportieren und programmieren, telefonieren und zoomen sie. Hallo, könnt ihr mich hören? Viele unserer Mitarbeitenden sind schon mehrere Generationen hinweg eng mit dem Unternehmen verbunden. Heute blicken wir auf 111 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. 111 Jahre mit all ihren vielen wertvollen Verbindungen. Danke, dass ihr ein Teil davon seid. 2. 1. 3. Vielen Dank.